Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge The Medium. So, Leute, weiter geht's. Und zwar nähern wir uns dem Finale, habe ich mir sagen lassen. Das ist es. Du hast es geschafft. Du bist nur in der Zeit. Das ist richtig, Kind. Komm zu mir. Ich werde einen Ende setzen. Ich werde dich frei. Nein, es wird nicht lassen. Das Monster ist... Keine Angst über das Monster, Kind. Ich werde es mit dem. Ich werde es für gut machen. Nicht, wenn es dich erst aufbauen lässt. Was hast du gesagt? Was ist das? Was ist das? What the fuck? Was war das denn? Your tricks won't work on me, old man. Na! No! Nein! 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 Gott heil! Daddy? Marianne? I remember. It's him. It was always him. Thomas. Thomas is gone. You're too late, girl. It's you. You tried to kill us. What did you do to her? What did you do to Lillianne? I was already dead. Your father made sure of that. Oh, Piretna. That's a god of... I'll marry Anne. Forgot her own daddy. Then who was it? Who killed her? I saw her ghost. What happened to her? It's me. Was it the nurse? The painter? The monster from under the bed. Oh, man. Maybe. Maybe. It was our own papa. What the hell are you talking about? He wanted to save us. To save her. Maybe. Maybe. In a way. That's exactly. What he did. This is fucking madness. Just give it a sneak. Then it's about time to clean it up. Once. And for all. I'm sending you where you belong. Henry! Thomas Reykjavik. My father. Was he the man on the pier? The man with the gun? The murderer from my dream? How could he? Why? I needed to know what happened after the fire. What happened to them. To me. To me. What? Oh. Oh. Oh, 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 oh. Okay, Marianne. Fokus. Fokus. Eine Familie-Foto. Es ist schade, es so zu sehen. Eine Familie, die hinter uns geblieben ist. Sie braucht Zeit, um zu verstehen, aber manchmal habe ich Angst. Angst, dass sie ihr etwas antut. Das ist ein Puppenhaus. Vielleicht können wir es irgendwie öffnen. Wie wäre es einfach mit den Fingern aufmachen? Das fühlt sich nicht gut. Vielleicht sollte ich einen anderen Ordner versuchen. Ich denke, das ist es. Die Rechowicz-Familie-Historie. War jetzt ja nicht so schwer. War jetzt nicht so schwer. War jetzt nicht aufgegangen. War jetzt, warte mal. Jetzt noch was? Hm. Hm. Alles verbrannt. Aber ich kann trotzdem etwas davon ausmachen. Gut. Hier war jetzt aber nichts, ist ja immer nichts weiter passiert. Okay. Hallo Sebastian. Grüße. Was ist das denn, oder? Mit so einer Katze habe ich auch noch. Nein? Nehm. War jetzt? Wieso? Nein? Was ist das hier oder was? Was meinst du mit PCs? Warum kann ich das da nicht rantacken? Oh, jetzt ist es offen. Es sieht aus wie eine Replika des actuales Haus. Hm, ein kleines Schaub. Ich wundere. Es sieht aus, dass ich hier etwas hier setzen könnte. Es ist verrückt. Es fühlt sich aus, dass etwas verändert hat. Ah, ich wusste es. Das Schaub, die Schaub, es ist alles verbunden. Dieses Raum fühlt sich aus, als ob ich hier nicht sein sollte. Warte, ich glaube nicht, dass es hier hier gehört wird. Portale quasi. Portale. 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 Hey. Einmal eines dieser Butterflies. Ich... ich liebe dich. All of you. Keine von dir wissen. Keine von dir verstehen. Ich liebe dich. Einmal eine Maske. War das die Freunde, die Satin hat gesagt? Notvertret Kr wym. Wir tun. Uh... Wir tun also etwas, was wir tun. Kannst du diese Suche nicht hin будет? Aber es lä Hep rating ihr nicht zu können. Ich weiß. Ich verstehe. Ich kann dich fühlen. Was ist das? Wir können sie zeigen. Wir können sie verstehen. Wir können sie fühlen. Eine fehlt noch. Die wird dann im anderen Raum sein. Hallo Balkenhauger, grüße. Das ist so strange dieses Spiel. Einfach. So, jetzt fehlt mir immer noch ein Schmetterling. Ich brauche vier. Ist sie bei der Geburt gestorben? Ist sie bei der Geburt gestorben irgendwie? Und deswegen gibt sie ihr jetzt die Schuld? Oder wie habe ich... Ich bin echt gespannt. Ich bin echt gespannt wie ein Flitzebogen. Woher weiß ich denn, welcher er jetzt passt? Ach so, die haben eine andere Form. Da muss der... Ich bin echt gespannt. Ach so, die ist. Was ist sie? Lass sie! Lass sie sie späten. Oh, Gott. mir geht es gut vor ein auge bisschen kaputt von arbeit aber sonst alles gut wie geht es dir das ist die letzte jetzt aber hat die quasi gerade stimmen gehört und die hat ihr befohlen das haus anzuzünden ich bin so gespannt aber es jetzt flutscht es doch kommt doch gut durch hier richtig rätsel wenn man das rätsel nennen kann also das bisschen einfach aber ich kann nicht hier verlassen sie wird sterben gut du erinnerst du deine Mutter? das ist alles ihr Haus nein 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 sie ist meine Frau dann setze mich frei Und ich werde euch beide retten. Ah, gute Scheiße! Wir hätten so nur Licht gehen müssen, was? Hm, ich war ein bisschen verwirrt. Schlaf gut, Blue. Hier hat es gespeichert, die Sack, die Sau. Eine gute Besserung. Wo muss ich denn hin? Hier ins Licht dann? Oder durch den Spiegel? Ah, durch den Spiegel wahrscheinlich, wa? Ah, durch den Spiegel. Ich weiß, ich verstehe. Ich kann dich fühlen. Ich kann dich fühlen. Was zum Teufel? Ah, du Schiff! Guck mal, das Bild. Ah, zurück den Spiegel. Hey, Junge! Ab im Keller! Es leckt ganz schön in dem Haus hier gerade. Es ist irgendwo da draußen. Es ist irgendwo da draußen. So viel ist klar. Verdammt! Die Tatsache, dass ich das hier schreibe und nicht ersabbernd in irgendeiner Ecke liege, ist Beweis genug dafür. Ich muss ihn nur finden. Schon lustig. Ich wollte immer alleine der Einzige sein. Jetzt glaube ich langsam, dass es nie wirklich zwei von uns gab. Vielleicht waren immer nur zwei Seiten dieselbe Münze. Voll Schizo, oder was? Wenn er noch sei, ich brauche ihn. Ich brauche mich, um sie zu retten. Tell me about the fire, Lily. You were locked in, alone? No. We were not alone. Nein? Wer noch war da? Die Stimme. Ähm, ich habe ihn nicht geholfen, aber es kam irgendwie. Oh, Lily. Ich habe ihn nicht geholfen. Ich habe ihn nicht geholfen. Es war schmerz, aber ich kann immer noch ein paar davon aus. so das Okay. Daddy? Where is Marianne? She needs to stay at the hospital a while longer. Will she be alright? I want to see her. She's asleep, Honey. The doctors aren't sure when she's gonna wake up. I was in a coma. That's why I couldn't remember anything. Okay. Okay, abgespeichert. We did. Lily, listen. You have to come with me now. Daddy? Where are you taking me? I'm sorry, baby. I'm so sorry. Thomas. What the hell did you do to her? She's sick, but it's not bodily. She's right. In this terrible night... Something... Something was born in her. Something was born in her. She's from inside. She's from her power. She's from inside. You're a little body. We need to come with something. I just don't check anything. But the better. I'm always focused here. I'm always focused. But the shoes... Okay. Then we're going through. Woher soll ich das wissen? Woher soll man die Kombination haben? Dieser Zettel, wo sie gesagt hat, ich kann kaum noch was lesen, aber ein bisschen was. Ich frage, vier Stück brauchte ich, vier Zahlen, 1976 oder was? Das ist meine Teddy, das war die Spatze. Wo habe ich das aufgemacht? Mit dem Stemmeisen? Was habe ich denn mit dem Stemmeisen aufgemacht? Hä? Stehe ich gerade? Nein. Meins mit dem... Das müssen ja vier Nummern sein. 1976 habe ich gesagt. Das war aber kein Stemmeisen, das war ein Bolzenschneider. Das sind ja schon beim Faktenbleiben, aber was ist da, hä? Steht aber nichts drauf. Was soll das 12.10 Uhr heißen? 12.05 Uhr, irgendwie sowas. Das ist ja schon beim Faktenbleiben. Du hast da auch lange gebraucht. Also... 1976 hat nicht funktioniert. Könnte eine 1 auf der Kiste sein. Was auf der... Hä? Wo siehst du denn da eine 1? Ich weiß genau, was du meinst hier denn? Du meinst so rum. Ich glaube ja, dass das App wieder eine Uhrzeit ist. So, 12.15... äh, 10. 12.10. Oder... Klar. Probier ich einfach. Ich möchte auch gar nicht wissen, bevor ich es nicht probiert habe. Guck nicht in den Chat. Ich guck nicht in den Chat. Ihr Spoiler. 12.10, guck mal doch mal. Hm, war falsch. Was war das andere? 14.4. Von 1976 überhaupt falsch. Ah, warte mal. Das mit der 300 können wir noch ausprobieren, weil es gibt hier sehe ich gerade eine Raute-Taste. Ein Hashtag. Es gibt ein Hashtag. Das Wort ist so eklig eigentlich. Hashtag. Das Wort ist so eklig eigentlich. Hashtag. Das ist so eklig. Ganz einfach. Das ist so eklig. Das ist so eklig. Das ist so eklig. Das ist so eklig. Ja, das wäre ich jetzt. Das interessiert mich jetzt. Bin, weil sie beißen dich gleich, hat er gesagt. schönen jahrestag zehn jahre aber zehn jahre so dann würde ich jetzt einfach mal sagen 66 1966 vielleicht da hat das mit den zehn jahren zu tun das ging relativ fix jetzt oder drei viermal überlegt und dann was für ein bungen ist denn jetzt Nein, 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 nein! Das wird nicht hier enden! Es endet mit mir! Scheiße! Was wird es dauern, zu erledigen von dieser verdammten Sache? Sie könnten mir nicht vergeben, aber sie sind sicher, dass alles was zählt, Trennung, ist der einzige Weg. Also ich kann mir vorstellen, mein Vater ist durchgedreht, hat dann mich in diese Einrichtung da gebracht. Die haben mir die ganze Zeit eingetrichtert, dass meine Eltern beim Unfall gestorben sind. Er hat in Wirklichkeit das Haus angezündet. Und jetzt erfährt sich halt alles so nach und nach, weil sie eigentlich nichts weiß wegen Koma und so. So, hier brauchen wir Energie. Was ist dieses Ort? Einer Art von Fall-out-Selter? Sieht so aus. Sieht mal mit ihrer Kackhaut, ey. Yummy, 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 yummy. Ist aber was, ne? Chat, die, die es schon durchgespielt haben, könnt ihr mir mal sagen, wenn es noch eine halbe Stunde ist? Okay, erstmal Wasser ablassen. Erstmal Wasser lassen. Ich verlaufe mich hier doch fünfmal. Wie bin ich denn jetzt? Ah, hier ist was. Hm. Hm. Vielleicht könnte ich das Wasser von hier auspumpen. Digga, aber was ist das denn bitte für ein... kranker... ...Bunker. Alles, was wir zum ersten Mal über das... Als wir das erste Mal über das Gelände dachten, wir, dass es nur ein alter deutscher Bunker handelt. Ein paar... Vorräte. Nach zwei Wochen Ausgrabung wussten wir, dass das alte... Schnauzbärtchen größere Pläne für diesen Ort gehabt haben muss. Vor allem das alte Schnauzbärtchen. Hahaha. Alter, Stahlbeton wende das komplette Programm. Das alte Schnauzbärtchen. Okay. Steuerung. Wasserstandanzeige. Misst den Wasserstand in der jeweiligen Kammer. Wasserflutrichtung. Ändert die Wasserrichtung. Startet die Wasserpumpe. Ah, okay. Äh... Ja, Wasserstand. So, jetzt ist die Frage, wo brauche ich denn das? So, jetzt ist die Frage, wo brauche ich denn das? Ach... Out of juice. Because, of course, it is. Ich... Ach, hier bin ich jetzt wieder. Ach, ich hab halt keine... Keine Energy. Hallo Gimo, grüße. Okay. Das ist die 1. So, die 1 muss ich eigentlich leer pumpen. Aber dadurch, dass ich keine Energie hab, kann ich nicht pumpen. So, ich seh aber gerade. An der Stelle machen wir erstmal einen Cut und sehen uns dann zur nächsten Folge auf YouTube wieder. Und, äh, ich schalte gleich wieder ein. Ihr werdet also nichts verpassen. Nicht, dass ich jetzt hier ewig rumsuche und dann erst auf YouTube aufnehme. Sondern, ihr könnt ruhig sehen, wie ich suche. Lasst ein Däumchen da. Glocke aktivieren. Und bis dahin macht's gut. Tschüss.